Es hat sich ja hier auch so ein bisschen eingespielt ergeben, dass wir so unsere Beziehung, unsere Bekanntschaft zu Rainer an dieser Stelle noch mal kurz erwähnen, reflektieren. Ich habe Rainer kennengelernt, da sah er ungefähr so aus wie auf diesem Bild. Ich glaube, das stammt aus den 90ern. Ich bin 1993 nach Hamburg gekommen und bin dann, nichts ahnend, in ein Seminar gelandet mit dem Titel zur Kontroverse zwischen Liberalismus und Kommunitarismus. Da habe ich auch dann zum ersten Mal einen Aufsatz eines gewissen Rainer Forst gelesen, in einem Sammelband, den, ich glaube, Axel Honneth herausgegeben hat bei Campus mit dem Titel Kommentarismus, Station, eine Diskussion oder so ähnlich. Und ich war natürlich völlig begeistert, auch irgendwie, ja, beeindruckt, eingeschüchtert. Diese Bandwurmsätze von Rainer später dann auch, das wurde schon erwähnt, was er alles verarbeitet hat. Es gab damals, Frank und Thomas, werden Sie noch erinnern, so einen sozialwissenschaftlichen Informationsdienst. Das hieß konkret, also ich habe den Job dann geerbt von einem Freund von mir, ist konkret, dass ich dann so die Inhaltsverzeichnisse von sozialwissenschaftlichen, rechtswissenschaftlichen, philosophischen und was weiß ich noch, von Zeitschriften kopiert habe und dann einen relativ erlesenen Kreis weitergeleitet habe. Für Rainer hatte ich dann aber noch die Aufgabe, die Zusatzaufgabe, die interessanten Aufsätze zu kopieren. Und dann bin ich immer zur Post gegangen und das waren richtig, richtig große Pakete, die ich dann nach Lüneburg schicken durfte. Und wie er sie verarbeitet hat, das ist ja schon erwähnt worden. Ich möchte jetzt auch nicht allzu viel erzählen. Ich möchte noch einen Punkt erwähnen, einen Anruf, den ich von Rainer bekommen habe, in einem Jahr, das jetzt auch schon erwähnt wurde, in meinem anderen Kontext, nämlich 2001, als die einzige Zeitenwende. Und 2001 habe ich einen Anruf bekommen, das war auch kurz nach 9-11. Und er meinte, ja, ich möge doch mal nach Greifswald fahren. Ja, nach Greifswald und da sei eventuell, ich hatte damals ein Spendium zum Promodieren, einen Job für mich. Und dann bin ich dann nach Greifswald gefahren. Das war irgendwann im Herbst, Oktober 2001 und bin da durch Greifswald gelaufen. War dann auch so ein bisschen, naja, aus Hamburg kommt, war das schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber jedenfalls habe ich dann Hubertus kennengelernt und mit Hubertus und Rainer einfach zwei ganz, ganz tolle, großartige, akademische, ja, Tiefväter gehabt, die mich doch sehr beeinflusst und geprägt haben. Wobei, ähnlich wie bei Oliver, vielleicht in eine andere Richtung bin ich auch auf einen Irrweg, würde jetzt Rainer sagen, gekommen. Aber Rainer hatte immer auch die Toleranz, das zu dulden und auch, ja, irgendwie dann auch zu fördern. Und dafür bin ich ihm wirklich sehr dankbar, sonst würde ich jetzt hier heute nicht sitzen. Hubertus, du hast das Wort. Ja, ganz herzlichen Dank. Thema Denken in Institutionen, der Titel soll thematisch dreierlei annoncieren. Zum einen, erstens, das Werk von Rainer Schmalz-Bohns dreht sich im Kern um die Problematik politischer Institutionen. Dies wiederum im dreifachen Sinne, politische Institutionen als Steuerungsmedien, also deren externe Effekte, politische Institutionen als gleichsam Präferenz, Waschanlage, Bürgerqualifikationspolitik, die liberative Demokratie, also die internen Effekte und politische Institutionalisierung von Reformen, politische Institutionen im Sinne eben auch von reflexiver Demokratie, also sein Werk. Zweitens, Institutionen der Wissenschaft haben das Denken und den wissenschaftlichen Ansatz von Rainer auf besondere Weise geprägt und damit meine ich spezielle Institutionen der Wissenschaft und spezielle Prägungen. Sein Denken über Institutionen, also in Institutionen und die dritte Ebene, dritte Dimension, ein Agieren von Rainer in Wissenschaftsinstitutionen, um die institutionellen Bedingungen von Politikwissenschaft und politischer Theorie zu verbessern. Im Rahmen der DVPW-Primär, darauf wurde schon hingewiesen, also insofern ist in dem Titel In Institutionen denken schon annonciert, dass in Rainers Überlegungen und auch vor allen Dingen in seiner disziplinpolitischen Praxis es die tonangebende Unterstellung gibt von Institutionen und den Institutionen innewohnenden Rationalitätspotenzialen. Vom Aufbau her, ich habe acht Punkte. Erstens, Bundeswehr und TBT. Zweitens, etwas zur Dissertation, die schon angesprochen wurde. Drittens, institutionelle Förderung der Institutionen-Theorie. Viertens, Disziplinpolitik in der Institutionen-Wissenschaft. Fünftens, ein paar wenige Worte noch zur reflexiven Demokratie. Sechstens, hierarchische institutionelle Selbsteinwirkung. Siebtens, Disziplinpolitik in wissenschaftssoziologischer Perspektive. Eine kurze Schlussbemerkung, circa 45 Minuten. Ich habe es noch nicht Probe gehalten. Es wird ein bisschen Wiederholungen geben. Ich gucke mal, dann lasse ich ein paar Dinge weg, wenn ich merke, das wurde doch schon zu häufig gesagt. Und jetzt ein ernsthafter Punkt. Ich hatte vor einiger Zeit sehr heftig Corona. Also wenn ich zwischendurch Hustenanfälle kriege oder meine Vortragsaktivität etwas erlarmt, bitte ich wirklich um Entschuldigung und Verständnis. Und vor allem beim Husten einfach, das kann vorkommen. Ich muss mal sehen, wie sich das entwickelt. Erstens, Bundeswehr und TBT als institutionelle Erfahrungsräume. Wissenschaft ist eine Institution, in der wir Akademiker und Akademikerinnen in langen Lern- und Disziplinierungsprozessen hinein sozialisiert werden. Bei Rainer Schmalz-Bruns sind die frühen institutionellen Prägungen neben dem Gymnasium Johanneum in Lüneburg erstens die Bundeswehr. Nach dem Abitur 1973, zwei Jahre hat er sich verpflichtet, bis zum Herbst 1975, er nahm, darauf hat sich Thomas nochmal drauf Aufmerksam gemacht, die Unteroffizierslaufbahn ein. Und anders als Pistorius, der dann ja andere Dienste machen musste, war er denn doch tatsächlich auch in einer Panzereinheit dienend. Und er hat dann eine kleine Karriere gemacht in dieser Zeit und er hat Anweisungen gegeben an die ihm Untergebenen und laut eigener Auskunft, darüber hat er mir dann ab und zu berichtet, hat er die meiste Zeit nichts Bundeswehr-Einschlägiges getan. Er hat viel im Jeep herumgesessen, wie er berichtet hat, er hat gelesen, er hat sich Fortgebildung. Also was hat er in dieser Institution gelernt? Er hat gelernt, institutionelle Nischen nutzen. Er hat gelernt, einen als weitgehend für ihn damals sinnfrei wahrgenommenen Betrieb zu ertragen. Und er hat drittens gelernt, dies mit Humor zu tun und mit Ironie auf solche Sinnlosigkeit zu reagieren. Danach, 1975 bis 1980, Studium für das Höhere Lehramt mit den Fächern Politikwissenschaft, Literaturwissenschaft und Pädagogik in Hamburg. 1980, das erste Staatsexamen bei Joachim Raschke mit einer Arbeit, da war ich platt, ich habe das gar nicht gewusst, über Rational Choice und Parteientheorie und ihm ging es um die Kritik von Rational Choice. Ich habe Rainer ja jahrelang in den Ohren gelegen, bei der deliberativen Demokratietheorie doch auf die strategischen Komponenten darauf aufmerksam zu machen, habe mich selber auch lange Zeit in Rational Choice eingearbeitet. Er hat immer so abgewimmelt, ich habe gar nicht gewusst, dass er sich zumindest auf Staatsexamensarbeitsniveau damit auskannte. Ich war überrascht. Aber zuvor, bis es dann mit seiner wissenschaftlichen Karriere weiterging, möchte ich einen anderen, einen zweiten prägenden institutionellen Erfahrungsraum erwähnen, der gleichsam konträr steht zu dem der Bundeswehr. Das ist TBT, das heißt Theorie beim Tee. Ich war Dozent dieser Zeit in Berlin, wir hatten eher so TBB, also das B steht dann für Bier, das Zweite. Thomas Zaretzki hat mir bei der Vorbereitung meines heutigen Beitrages, hat er mich mit sehr vielen Informationen nochmal versorgt und sie nun in Dietz, die heute nicht hier sein kann, hat auch nochmal dazu beigetragen. Also TBT, Frank, du weißt das am allerbesten, ist 1985 von Frank Nullmeier in Hamburg initiiert worden. Das war ein Kreis von Menschen seiner, eurer akademischen Generation, die sich regelmäßig in Nullmeiers Wohnung in der Isestraße trafen, um beim Tee Theorie zu betreiben. Das existierte bis 1991, also sechs Jahre, war interdisziplinär und fast alle der damals Teilnehmenden sind später Professor oder Professorin geworden. Also in der Politikwissenschaft Frank Nullmeier, Thomas Zaretzki, Rainer Schmalz-Bohns, in der Philosophie Simone Dietz, Heiner Hastedt, in der Ökonomie Bürger Prittert, in der Soziologie Bernd Martens, Wolfgang Bohns. Was war das Programm von TBT? Klassiker-Lektüre Max Weber. Aktuelle Theorie-Debatten Luhmann-Habermas. Häufig auch Vorträge von eigenen Vorhaben der Teilnehmenden oder so ein bisschen Üben für die Disputation. Und TBT hat ein informelles Netzwerk kreiert. TBT hat vor allem den akademischen Argumentationsstil beeinflusst. Eine argumentative Streitkultur, Argonal, sich an starken Argumenten abzuarbeiten. Also nicht den Gegner so schwach wie möglich zu machen und dann billig zu triumphieren, sondern so stark wie möglich machen und damit umzugehen. Kollektive Lernprozesse qua Debattenkultur. Hier wird die Differenz zur Bundeswehr besonders deutlich. Und ein ganz bestimmtes Bild von Wissenschaft. Nämlich Wissenschaftler, Wissenschaftlerin zu sein, heißt nicht Eremit zu sein, sondern Wissenschaft als ein argumentativer Gruppenprozess. Reiner in diesem Kreis, so wurde mir berichtet, ich selbst war nach meiner Erinnerung einmal Gast, zumindest kann ich mich an einen großen Raum bei dir erinnern, aber noch mehr an die Küche und die Kaltgetränke anschließend. Reiner in diesem Kreis, so wurde mir berichtet, reger, Diskutant und Anreger. Er wich in seinem Habitus und auch in seiner Biografie stark ab von seinen Peers in dieser Gruppe. Als ehemaliger Bundeswehrsoldat, als SPD-Mitglied. Ich meine, ihr wart doch in ganz anderen politischen Parteien damals, wenn überhaupt. Und dann auch noch als gemäßigter Sozialdemokrat, als junger Familienvater mit 26 Jahren, die Heirat mit Heidrun Bruns, 1982 die Geburt des Sohnes Oliver. Also er wich vom Habitus von allem deutlich ab. In akademischer Hinsicht hingegen hat aber TBT Rainer Schmalz-Bruns stark geprägt. Zweitens, ich möchte etwas zur Dissertation sagen. Alltag, Subjektivität, Vernunft. Thomas, du hast sie schon einige Male angesprochen. Nehmen wir eine Zeitreise. Verreisen Sie mit mir in das Frühjahr 1983. Debatte, Philosophie, Gesellschaftstheorie, politische Theorie. Jürgen Habermas TKH, Theorie des kommunikativen Handels, ist im Herbst 1981, zwei Jahre zuvor erschienen. Seit zwei Jahren wird debattiert. Facettenreiche Debatte, nur zur Erinnerung, Hermeneutik, Funktionalismus, Kolonisierung der Lebenswelt, Systemtheorie, Rezeption, Lebenswelt, das Konzept, Grenzen, Anwendungsbereiche, sprachpagmatische Themen, Telos der Verständigung, Rechtstheorie, Recht als Institution, Recht als Medium und natürlich Protestbewegung, neue soziale Bewegung. Was macht Rainer in seiner Dissertation? Rainer zielte mit seiner Dissertation, mit seinem Interesse an ein Grundlagenproblem der Debatte um Habermas Theorie des kommunikativen Handelns. Aber nicht indem er über das Buch schrieb, sondern gleichsam über einen Umweg. Genau genommen weiß ich jetzt durch das Telefonat mit Thomas, dass es eigentlich anders war. Er hatte sozusagen gleichsam erst das Thema und dann kam die Einbettung. Dazu gleich mehr. Es gibt eine Debatte um Habermas Theorie des kommunikativen Handelns, die dann auch in Frankreich stattfindet, in Deutschland international. Gleichzeitig gibt es gleichsam im Nachklapp der Krise das Marxismus Diskussion, Rezeption des Strukturalismus und des Neostrukturalismus. Die französische Praxisphilosophie wird stark rezipiert und Habermas entwickelt den Standpunkt der Kritik aus einer rekonstruktiv verfahrenen Entwicklungstheorie der Gesellschaftsgeschichte. Also Sie sehen schon, wir hatten das ja vorhin auch diskutiert, wie stark evolutionär, nicht wie stark evolutionär. Also das ist gleichsam was Habermasianische in dieser Überlegung. Und der Hintergrund, in der Art und Weise, wie Rainer Schwarzbrunst in seiner Dissertation arbeitet, ist, diese damaligen Debatten um eine kritische Erneuerung des Marxismus nicht allein in dieser Habermas-Richtung in Anführungsstrichen weiterlaufen zu lassen, sondern einmal zu schauen, ob man aus anderen Ansätzen heraus etwas für diese Debatte gewinnen kann. Rainer rekonstruiert diese Debatte und an deren Endpunkt stehen zwei alternative Lösungen. Einerseits die Habermas-Theorie des kommunikativen Handelns, die das Programm der hegelschen Sittlichkeit in einer Verbindung von Diskursethik und Handlungstheorie festsetzt. Und auf der zweiten Möglichkeit, zweiter Endpunkt dieser Krise, Modifikation, Weiterentwicklung der Marxismus-Debatte steht eine Kritik des Alltagslebens, die in Vernunft skeptischer Grundeinstellung darauf zielt, Formen unversehrter Subjektivität aufzuspüren und daran ihre kritischen Maßstäbe festzumachen. Mit anderen Worten, es geht hier um eine Grundfrage der kritischen Theorie, die auch heute wieder heiß und noch diskutiert wird, nämlich was ist der Standpunkt aus, von dem heraus Kritik an der Gesellschaft und an der Politik formuliert werden kann, obwohl Habermas wie auch die französische Praxisphilosophie versuchen beide immanent, aus dem Handeln der gesellschaftlichen Akteure ihre theoretischen Überlegungen zu entwickeln, bei Habermas in den institutionalisierten Praktiken von kommunikativen, also verständnisorientiertem Handeln angelegt, dagegen die französische Praxisphilosophie, die Kritik als ein unmittelbares Moment der sozialen Lebenspraxis versteht. Die Dissertation, vorhin hatte die jemand mit, ist recht dick, aber auch nicht so dick. Bei den französischen Praxisphilosophen werden aus verschiedenen Modellen expressiven Handelns verschiedene Versuche übernommen, hier gleichsam Kritik fundieren zu können. Und auf die French Connection in Reinhardts Oeuvre werde ich später auch nochmal bei der reflexiven Demokratie aufmerksam machen. Hier ist es so, also er beginnt dann ab 1980, 1981 mit der Dissertation, sie wird mit der Disputation abgeschlossen, 1986 oder 1987, 1989 noch etwas überarbeitet, erscheint sie als Buch. Was hat er gemacht? Er schaut sich an und rekonstruiert und beschreibt den theoretischen Ansatz, zum Beispiel, ich nenne jetzt fünf Namen von Costas Axelos, Da geht es um die Ontologie des Spiels, Pierre Fougerola, die Psychoanalyse des revolutionären Subjekts, Edgar Morin, eine kybernetische Theorie der Subjektivität, François Châtelet, Kritik des okzidentalen Rationalismus generell und natürlich Henri Lefebvre, der auch in Deutschland am stärksten rezipiert wurde, also aus der Soziologie des Alltagshandels. Und was macht Rainer? Jeder bekommt ein langes Kapitel. Und beim Lesen selbst hatte ich nicht das Gefühl, das ist in Entlarvungsabsicht geschrieben worden. Nun sagte mir Thomas unlängst am Telefon, nee, nee, dem war schon relativ früh klar, das ist eine Sackgasse. Ich habe das beim Lesen noch nicht gemerkt, dass das so wird. Ich hätte gedacht, dass er viel mehr sozusagen daraus macht, im Sinne von eine sehr faire Darstellung, wie ich fande. Und ich meine, für alle, die wir den Rainer kannten und kennengelernt haben, ist das Ergebnis seiner Studie letztlich keine großartige Überraschung. Also der Ansatz der französischen Praxisphilosophie ist eine theoretische Sackgasse, ein Plädoyer für die Rückkehr zur Habermaschen Theorie. Die aber überraschend für mich bei der neuerlichen oder jetzt endlich mal genauen Lektüre seiner Dissertation war, drei Punkte. A, eben wie skrupulös er sich mit den facettenreichen Details in den Werken 100 Bücher, 600 Aufsätze und Argumentationen der französischen Praxisphilosophie auseinandergesetzt hat. Und dass eben diese Entlarvungsabsicht tatsächlich für mich nicht erkennbar war. Also da hatte ich mir die Frage notiert, wie stark waren da seine eigenen theoretischen Hoffnungen. Zweitens, wie präzise er in seiner Kritik an Habermas, also auch hier schon wieder Kritik an Habermas, die Probleme, die sich aus der rationalistischen Deutung von Intersubjektivität und Individualität in hermeneutischer Hinsicht ergeben, wie deutlich das dargestellt wird. Und dann wird gesagt, gucken wir doch mal, ob uns die Franzosen da weiterhelfen können. Das Ergebnis ist, nein, sie können es nicht. Aber lässt dann Probleme im Habermaschen Ansatz bleiben. Und drittens schließlich der Modus der Kritik, in dem Rainer verfährt, immanente Kritik und das philosophische Motiv, individuelle Autonomie und Subjektivität normativ gegen den herrschenden Vergesellschaftsmodus auszeichnen zu wollen, dass dies in der grundbegrifflichen Umstellung von Praxistheorie auf einen emphatischen, aber eben monologisch bleibenden Begriff von Subjektivität nicht gut aufgehoben ist. Im Ergebnis kommt es, so sein Vorwurf, zu einer Dissoziation von Praxis- und Gesellschaftstheorie, die nicht nur das theoretische, sondern eben auch das praktische Interesse der Praxisphilosophie, und jetzt kommt so eine ganz schüchtern, nicht wirklich sagen schüchtern, ganz moderate Formulierung. Ich meine, das ist ein totaler Verriss. Nochmal, die nicht nur das theoretische, sondern auch das praktische Interesse der Praxisphilosophie, jetzt kommt das Zitat, ernsthaft tangieren muss. Also, ich habe selten einen so freundlichen Verriss gelesen. Wissen, ja, man sieht an diesen drei Aspekten auch, wie sehr Rainer damals auch schon beim Schreiben seiner Dissertation Wissenschaft als Institution versteht. Er entwickelt geradezu einen Furor in seiner Verteidigung wissenschaftlicher Diskurse gegen die Kritik der französischen Praxisphilosophie an verschiedenen Stellen seines Buches. Also Lefebvre wird dann gleichsam Kritik an der wissenschaftlichen Epistemologie, nimmt er am Schluss auf. Und in der Schlussphase der Dissertation, und vor allem die nach 1986 erfolgten Überarbeitungen im Buch von 1989, die fallen dann eben in die Zeit von TBT. Und ich hatte mir nochmal notiert, also bei der Thematisierung dieser französischen Praxisphilosophie, was, wenn man Rainer arbeitet und ansonsten nicht so gut kennt, wirklich überraschend sein muss, dass er sich da so stark jahrelang hineinbegeben hat, spielt natürlich eine zentrale Rolle Udo Bernbach, vor allen Dingen Ralf Bambach in Hamburg, Matthias Schmitz und Herbert Schnedelbach, sowie eben die TBT-Debatten über das Werk von Jürgen Habermas. Und was er dann eben macht, ist wirklich eben diese Habermas-Diskussion verfolgen, dann sich diese Franzosen anzugucken, um dann zu sagen, so geht es nicht, aber Kritikpunkte von Hans-Johas und einigen anderen bleiben richtig. Dritter Hauptgliederungspunkt, institutionelle Förderung der Institutionentheorie. Die 1980er Jahre sind der Beginn einer neuen, vielleicht sogar einer ersten Professionalisierungsdebatte innerhalb der Deutschen Vereinigung für, wie sie jetzt heißt, Politikwissenschaft oder DVPW. das hat die Fachvereinigung nicht freiwillig gemacht, sondern der Druck ging aus von Studienreformdebatten auf Bundesebene. Ich kann mich noch gut erinnern, mein erster Kongress war nicht 1979, sondern mein erster Kongress war 1982, der Berliner Kongress. Ich habe das als eine reine, das sind desaströse Veranstaltungen in Erinnerung. Wenig Teilnehmer, langweilige Diskussionen. 1983 erfolgt, vielleicht habt ihr eine bessere Erinnerung daran, aber ich fand das ganz fürchterlich. 1983 erfolgt dann die Abspaltung von Manfred Hettig und einiger Getreuen und ich meine, der war Vorsitzender der DVPW damals und die gründen einen eigenen Verband. Und wie manchmal zumindest wächst aus der Krise nicht nur Hoffnung, sondern Stärke und Neubeginn. In diesem Fall ist es so. Diese Krise hat den Anschluss gegeben, die DVPW zu vitalisieren. Den Vorsitz hat übernommen und deshalb habe ich diesen ganzen Umweg überhaupt nur berichtet. Ein Hamburger, Hermann Hartwig, ab 1983. Die DFG-Gutachter, der Forschungsausschuss der DFG, schlägt vor, schlägt der Fachvereinigung vor, zu Themen zu arbeiten. Hartwig initiiert oder stärkt die Bildung wissenschaftlicher Sektionen. Seit dieser Zeit gibt es auch die Theoriesektionen. Udo Bernbach, Gerhard Göhler vor allen Dingen in Bernbach aus Hamburg. Wiederum sind hier die Initiatoren und Administratoren. Und 1985 beginnt die Theoriesektion der DVPW mit Vorhaben, mit dem Vorhaben bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft ein Schwerpunktprogramm, wie es damals hieß, theoriepolitische Institutionen vorzubereiten. Also die DFG hat einen grauen Plan, wie es damals hieß, von 1984. Es geht darum, in einzelnen Fächern Schwerpunktprogramme zu machen, die aber subdisziplinär übergreifend sind. Wir kennen das heute aus den SFBs, also es folgt die gleiche Logik. Und Rainer Schmalz-Bohns ist von Beginn an dabei. Erst als Mitarbeiter von Udo Bernbach in Hamburg und dann, als sie Geld für eine Stelle bekommen, um den Antrag vorzubereiten, als Mitarbeiter von Gerhard Göhler in Berlin. Und aus der Zeit kenne ich Rainer Schmalz-Bohns. Der Hintergrund wiederum für dieses institutionentheoretische Interesse ist zweierlei. Zum einen, darauf hat mich Thomas noch mal aufmerksam gemacht, ein Aufsatz von Udo Bernbach über die Defizite marxistischer Politik und Institutionentheorie. Wenn man den Aufsatz gelesen hat, dann weiß man, da muss man jetzt weiterarbeiten. Und das war auch einer der Gründe, die Udo Bernbach so stark dafür interessierten. Und worum es ging, war, eine Forschungsprogramm, aber zunächst erstmal überhaupt eine Forschungsbestandanalyse herzustellen. Und hier war Rainer Schmalz-Bohns aus verschiedenen Gründen die ideale Person. Einer der Gründe war, dass er im Zuge eines Werkauftrages für Joachim Raschke eine Forschungsstandanalyse 1980, muss es gewesen sein, hast du mir gesagt, geschrieben hat, von über 100 Seiten, wo es darum ging, Wachstumstheorien, Institutionentheorie, institutionelle Reformen, hier gleichsam so einen Überblick zu schreiben. Und Rainer Schmalz-Bohns wird dann eben von Bernbach und später von Göder beauftragt, diese Forschungsstandanalyse zu schreiben. Und wer diese Forschungsstandanalyse kennt, wird also tatsächlich diese bewundernswerte Fähigkeit zur Sichtung enorm großer Literaturmengen, die du noch nicht fotokopieren durftest, das haben wohl andere noch gemacht, vielleicht er selbst, zu dem Thema Institutionen realisieren. Was macht Rainer? Er rekonstruiert divergierende Ansätze und Argumentationsstränge. Das Ganze erscheint später auch als Buch 89 und auch nochmal ein Doppelaufsatz mit Gerhard Göhler in der PVS umfangreich. Er identifiziert aussichtsreiche Ansätze für eine Theorie politischer Institutionen und aufbauend auf diesem Forschungsbericht wird dann der Antrag von der Theoriesektion geschrieben. Und im Herbst 1988 bewilligt die Deutsche Forschungsgemeinschaft dieses Schwerpunktprogramm 89 bis 94, dann nochmal 94 bis 99, insgesamt 27 Projekte aus allen Teilbereichen des Faches und die Theoriesektion avancierte, ich habe mir das für mich notiert, zum Musterschüler der DVPW in dieser Zeit. Ich habe schon gesagt, der Forschungsstandbericht zur Theorie politischer Institutionen ist 1989 separat als Buch publiziert unter dem Titel Ansätze und Perspektiven der Institutionstheorie. Was ist bemerkenswert, neben der Füllern Literatur hatten wir nur häufig genug, vor allem der interdisziplinäre Ansatz. Politikwissenschaft, Soziologie, Ökonomie, Recht, Anthropologie, Philosophie, Soziobiologie. Aber zwei Dinge insbesondere. Erstens ein reflexiver Zugriff auf das Thema Institutionen. Rainer Schmerz-Wund schreibt, wir müssen eine neue Runde in der politikwissenschaftlichen Institutionentheorie einläuten und wir müssen ansetzen an Institutionalisierungsproblemen zweiter Ordnung. Also, so habe ich das zumindest verstanden, die Frage nach den Bedingungen gesellschaftlicher Selbstorganisation und Selbststeuerung müssen wir erkunden, mithin Institutionen als Systeme von Organisationen sekundärer Elastizitäten gesellschaftlicher Moderne, Modernisierungs- und Entwicklungsprozessen zu konzipieren. Und ein solches Programm, zumindest habe ich es so verstanden, leitet in einem, nach meinem Verständnis, rekonstruktiven Ansatzbereich bereits über. Also, eine systematische Theorie politischer Institutionen sollte den Anspruch erheben, die Geschichte der Institutionen und deren Funktionieren, sowie die Geschichte der Theorie der Institutionen als eine Entwicklung zu rekonstruieren. Das war der erste Punkt, reflexiver Zugriff. Der zweite Punkt ist, wissenschaftliche Diskurse als Institutionen. Dieser Entwicklungsgedanke führt bei Rainer Schmalz-Bruns dazu, in allen Fächern und in allen Teilbereichen nach dem jeweils aktuellen State of the Art zu fahnden. Darunter hintersteht meines achtens die unausgesprochene Überzeugung, dass wissenschaftliche Disziplinen ihrerseits Institutionen sind, bei denen, die daran beteiligten Akteure bestimmte Rationalitätsstandards internalisiert haben. Was macht er? Er sichtet ungefähr 1700 Buch- und Aufsatztitel in der Bibliografie. Die werden alle systematisch aufgelistet, eingeordnet, jeweils sortiert im Hinblick auf somarische Forschungsstandsbericht und Weiterentwicklungen. Das Ganze wird so aufbereitet, dass jeweils die jeweils daran angeknüpft werden kann. Und auch hier wieder die dahinterstehende Idee, Wissenschaft und auch und gerade die Politikwissenschaft ist eine Scientific Community, die sich über den Austausch von guten und besseren Argumenten entwickelt und weiterentwickelt. Also wir haben es hier zu tun mit einer mehrfachen institutionellen Überblendung. Ebene 1, die Theorie einer einzelnen politischen Institution, Sicherheitsrat oder Parlament, Ebene 2, und ich muss tiefer anfangen, weil ich brauche ein paar mehr Hände noch. Ebene 2, die ist dann Teil einer Theorie politischer Institution, die sowohl die Geschichte der Institution, Parlament oder Sicherheitsrat, wie auch die allgemeine Geschichte über Institutionen mitreflektiert. Ebene 3, das geschieht im Rahmen eines institutionalisierten Forschungsprogramms, DFG gefördert, Ebene 4, unter den kognitiven Ausbizien der institutionalisierten wissenschaftlichen Disziplin Politikwissenschaft. Und man könnte wahrscheinlich noch immer weitergehen, dann wird das fast zum Kreis, weil ich meine, wo kommt das Geld dafür und so weiter und so fort. Also mit anderen Worten, das Denken über Institutionen findet statt und kann unoffenbar auch überhaupt nur sinnvoll und ertragreich stattfinden in Institutionen der Wissenschaft. Ich komme zum vierten Teil, ins Disziplin Politik in der Institution Wissenschaft. Hamburg war ein Ort der Politikwissenschaft in der Bundesrepublik, der eine fachgeschichtlich immens wichtige Rolle gespielt hat und Peter immer noch spielt. Die DVPW als das gesamte fachvereinigende Wissenschaftsinstitution hatte in Hamburg ganz besondere Obhut genossen. Beginnend mit Siegfried Landshut 1964 und 65 bis zum Jahr 2000 insgesamt fünf weitere Vorsitzende der DVPW kommen aus Hamburg, sind in Hamburg angesiedelt, ist besser als Ausdruck. Winfried Stefani, 71 bis 73, Udo Bernbach, 75, 77, Hans-Hermann Hartwig, 83, 88, bei denen Rainer Schmalz-Bruns studiert hat und mit denen er später als wissenschaftlicher Mitarbeiter auf der einen oder anderen Art und Weise zu tun hatte. Auch die Geschäftsstelle der DVPW war von 1969 bis 88 in Hamburg angesiedelt. Rainer nennt in einem, nennt dies in einem Beitrag anlässlich des hundertjährigen Jubiläums der Politikwissenschaft in Hamburg mit der Niesen mit herausgegeben hat, eine, ich zitiere, besondere Massierung von Einfluss und Verantwortung der Hamburger Politikwissenschaft für das Gesamtfach. Einfluss und Verantwortung in dieser Reihenfolge. Einfluss und Verantwortung. Das motivierte auch Rainer bei seinem Agieren in der DVPW. Warum es Rainer also dabei ging, ist von Frank Nullmeier in seinem Beitrag zur Gedächtnisschrift an Rainer bezeichnet worden als Disziplinpolitik. Damit ist gemeint, die Sorge um das Fach, die Fachdisziplin, die bewusste Verbesserung der Subdisziplin, politische Theorie und Ideengeschichte innerhalb des Faches, die Sicherung von Ressourcen und damit natürlich auch immer das konkrete Interesse an wissenschaftlichen Karrieren und Beschäftigungsabsicherungen. Rainer sah in den institutionellen Zusammenhängen der Sektion politische Theorie und Ideengeschichte der BVPW den Garanten für die erfolgreiche Existenz theoriezentrierten Denkens und Arbeitens in der Politikwissenschaft. Er war Verfechter einer proaktiven Disziplinpolitik, das heißt auch einer transformatorischen, die sich nicht in selbstgerechte Selbstisolierungen flüchtet, sondern eine Disziplinpolitik, die die Anschlussmöglichkeiten zu den anderen Teilfächern der Politikwissenschaft sucht. Und wir haben ja schon vorhin im Bereich IB gehört, zu welcher Blickerweiterung, Blickverdoppelung, das geführt hat. Sein Buch von 1989 über Institutionen, das ich schon erwähnt hatte, zeigt auf, was dies auf der kognitiven Ebene bedeutet. Auf der sozialen Ebene von Wissenschaft, Engagement, Engagement in bestehenden Wissenschaftsorganisationen. Dahinter stand die feste Überzeugung, dass es robuster Institutionen bedarf, innerhalb und mittels derer politikwissenschaftliches Nachdenken und Forschen überhaupt nur stattfinden kann. Die Leistungserwartungen an Wissenschaft als Institution waren in Schmalzbrunns Überzeugung dreierlei. Nach außen Freiräume abschirmen, innerhalb derer der wissenschaftliche Diskurs argumentationsgestützt laufen kann. Nach außen ebenfalls die Wissenschaft gegenüber anderen Teilbereichen repräsentieren, aber sie auch mit Ansprüchen konfrontieren, aber auch wiederum Angebote zu machen. Und drittens nach innen steuernd Eingreifen in die Reproduktion des wissenschaftlichen Personals. Standards definieren und durchsetzen. Also ein vielfaches disziplinpolitisches Argument. Ich habe mir fünf kleine Punkte genannt. Also Rainer Schmalzbrunns in der Theoriesektion von Beginn an, 83, 84 dabei, zwölf Jahre im Vorstand der Sektion. 97 bis 2003 leitet er die Sektion langjähriger Herausgeber der Schriftenreihe der Theoriesektion. Zweiter Vorstand der DVPW 2000 bis 2003 war er im Vorstand der DVPW. Drittens die PVS von 2010 bis 16, geschäftsführender Redakteur der PVS und sein Ziel, so einem Interview aus der Zeit, er wollte schaffen und verstärken, ein Organ der Selbstverständigung, einer zentrifugalen Kräften, von zentrifugalen Kräften bestimmten Fachöffentlichkeit. Also Selbstverständigung hier zusammenzuziehen. Das Selbstverständnis von Rainer Schmalzbrunns in solchen institutionellen Kontexten bestand dann wiederum immer primär im Austausch mit anderen und, wie er das auch im Interview formulierte, wechselseitige Wahrnehmung und Wahrnehmungen erhöhen. Viertens nochmal zur Massierung von Einfluss und Verantwortung. Einfluss als Gutachter für die DFG, Einfluss als Gutachter für Professurbesetzungen und ich will gar nicht sagen vor allem, aber auch informelle Einflussnahme in Gesprächen und Telefonaten. Fünftens Beteiligung an Ausarbeitungen des Frankfurter Studiengangs, politische Theorie, Rainer Durst schon darauf hingewiesen. Primäres Motiv für diese immensen Disziplin, politische Engagement in diesen fünf Teilbereichen war, politische Theorie innerhalb der Politikwissenschaft stärken und die Politikwissenschaft stärken durch Verbindung mit einer auf Theorie systematische Fragen konzentrierten Politikwissenschaft. Also systematisches Theorieinteresse bei Rainer hieß dann auch immer Suche nach konstruktiven Synthesen aus gesellschaftstheoretischen, sozialphilosophischen, begrifflichen und genuinen politikwissenschaftlichen Perspektiven. Und Ausdruck dieses auf die gesamte Disziplin Politikwissenschaft sowie ebenso sehr interdisziplinär ausgreifenden Theorieinteresses waren auch seine Gastaufenthalte im Wissenschaftskolleg Berlin 2002, 2003, in Bad Homburg, darauf wurde schon hingewiesen, oder im WZB 2013. Fünftens reflexive Demokratie. Jetzt geht's los mit der Stimme. Institutionalisierung von institutionellen Reformen. Auch das Buch reflexive Demokratie zehrt in gewisser Weise von Rainers French Connection. Das gilt für die theoriestrategische Bedeutung der Institutionstheorie von Emil Dürkheim. Ich glaube, du, Frank, hast da vorhin ganz kurz schon mal auf Aufmerksamkeit gemacht. Dürkheims Physik der Sitten und Rechte, eine Vorlesung, die er von ich glaube 1894 bis 19123 mehrfach gehalten hat, die wird stark rezipiert, weil nämlich Dürkheims moralische Imprägnierung des Institutionsverständnisses ihn stark interessiert hat, sowie die daraus resultierende institutionelle Perspektive auf Fragen der Qualitätsverbesserung von demokratischer Politik. Dürkheim entnimmt Rainer in dem Buch reflexive Demokratie auch den Gedanken der in den Institutionen angelegten Reflexionspotenziale, also der zivilisierende Effekt von Institutionen für die in ihnen agierenden und für die internen Diskussions- und Reflexionspraktiken. Also insofern gleichsam Franziska, natürlich ist da schon Konflikt und all das mitgedacht. Es ist aber eben auch gedacht, dass institutionelle Praktiken die Möglichkeit bieten, vom Antagonistischen zum zumindest Argonalen Argumentativen überzugehen. Von Dürkheim aus erfolgt dann der Zugriff auf Jewish Pragmatismus, auf Kommunitarismus und Republikanismus-Diskussionen, auf die Debatten über Civil Society. Natürlich Habermas Faktizität und Geltung und die Kritik daran und weitere Themen. Stilistisch gesehen ist das Buch keine werbende Einladung zur einfachen Lektüre. Es liest sich nicht nur wie eine Montage aus Einzelstudien, sondern es war auch eine. Also wenn ich hier höre Hegel, zumindest die Produktionsbedingungen waren extrem unhegelianisch und das lag nicht nur an dem Keller, in dem er saß und schrieb, Rainer war kein Meister der Monografie. Sein Medium war der wissenschaftliche Aufsatz, doch nicht der freihändisch argumentierende Aufsatz, sondern Abhandlungen, die sich über weite Strecken lesen wie Literaturberichte. Tatsächlich aber eigenständige Argumentationen waren, die in der Gestalt der Rekonstruktion der Gedanken anderer Autorinnen und Autoren präsentiert werden. Also gleichsam die professionelle Maske des Herstellers systematischer Rekonstruktion. Hinter dieser Maske verschwand der hohe gedankliche Eigenanteil seiner Rekonstruktion und seiner Konstruktion. Rainer Schwarzbrunst war diesbezüglich ambitioniert in dem, was politische Theorie leisten kann, aber war, jetzt geht's los, vergleichsweise bescheiden in dem, was er seinen eigenen Anteil gelten lassen wollte. Hinter diesem Habitus wiederum stand erneut die Vorstellung einer Scientific Community, die sich primär über Aufsätze austauscht. Eine Scientific Community als eine Institution, die sich kollektiv eben diesem Austausch stellt. Reines Primat des rekonstruktiven Aufsatzes als gewählter Form sorgte innerhalb der Institution Wissenschaft für drei, wie ich finde, nicht festlos uninteressante Effekte. Erstens, seine Aufsätze wurden von anderen häufig als Literaturtipps ausgeschlachtet. In einer Zeit, in der das Auffinden von spannender Literatur noch eine Leistung sui generis war, erwies sich Rainer als ein politiktheoretisches Trüffelschwein. Immer auf dem allerneuesten Stand, immer klarer Blick für Stärken und Schwächen. Also erster Effekt, Ausbeutungsanfälligkeit. Ich will das hier nicht vertiefen und ich möchte auch keine Kollegen, die etwas älter sind, nennen, die also gleichsam die Literaturtipps sehr dankbar angenommen haben. Zweiter Effekt. Seine rekonstruktiven Aufsätze stießen zuweilen auf geteiltes Echo. Dazu ein Beispiel, an dem auch ich beteiligt war. Also wo ist denn, da bist du ja. Also ich war auch mal Co-Autor. Und 1971 war Michael Walzer in Deutschland größtenteils noch ein Geheimtipp. Rainer Forst und anderen haben schon darüber gearbeitet. Der damalige Chefredakteur der Zeitschrift Leviathan wusste, dass ich 1990, längere Zeit in den USA war, Walzer persönlich kennengelernt hatte und fragte mich, ob ich nicht einen Aufsatz über Michael Walzer schreiben wollte. Nun wusste ich, dass Rainer Franz-Bunst dazu auch arbeitete. Ich erzählte ihm davon und erst entstand die Idee, den Artikel gemeinsam zu schreiben. Also das übliche damalige Pinkpong-Verfahren mit diesen Plastikdisketten, die man da hin und her schickte. Ich begann, dann Rainer und so weiter und so weiter und so fort. Rainer hat dann noch einmal, ohne dass ich das Recht mitbekommen habe, eine rigorose Schlussredaktion des gesamten Textes vorgenommen. Mit dem Resultat, dass der Artikel vom Leviathan mit der Begründung abgelehnt wurde. Es sei in weiten Passagen schlicht unverständlich. Statt den Artikel zu überarbeiten, statt den Artikel zu überarbeiten, wir hatten uns getroffen in Lüneburg zu überarbeiten, sind dann doch aber recht früh zu kalt getritten übergegangen. Ich weiß gar nicht mehr, wer die Idee hatte. Da haben wir gesagt, wir überarbeiten den nicht, wir schicken den der PVS. Wir haben den unverändert der PVS eingeschickt. Dort durchlief er das damalige Gutachterverfahren mit viel Lob, keiner Beanstandung und es wird 1992 publiziert, heute noch ab und zu zitiert. Also zweiter Effekt, das Genre des rekonstruktiven Ansatzes ist nicht immer nur leserfreundlich und ich habe daraus eine Sache gelernt. Rainer und ich haben dann ja später Benjamin Barber, die deutsche Edition bei Rationen gemacht, da habe ich die Schlussredaktion genommen. Ich wollte einfach das Risiko nicht eingehen, dass Journalisten, die das Buch rezensieren, sagen, sie verstehen das ganze Schlusskapitel nicht. Okay, also die Eintrittsschwellen etwas niedrigen. Dritter Effekt, wie wird eigentlich, wenn jemand Aufsätze schreibt, wie wird jemand da eigentlich eine Habilitationsschrift schreiben? Also wie wird aus dem Aufsatz als Form eine Habilitationsschrift? Rainer ist aus heutiger Sicht ein Vorreiter der kumulativen Habilitation. Ab 1989 schrieb er in seinem Lüneburger Keller ein Vortragsmanuskript, einen Aufsatz, einen Sammelbeitrag nach dem anderen. Drei Jahre später war Rainer in Sachen Habilitationsschrift noch keinen einzigen substanziellen Schritt weiter. 1993 ließ er sich dann doch verstärkt auf Diskussionen mit kollegialen Freunden darauf ein, sich zu überlegen, wie sich aus der Vielzahl der einzelnen rekonstruktiven Studien ein zusammenhängender, sorry, längender Text werden könnte. Also gleichsam das Holzstückchen für diese Schaschlickstücke suchen. Gruppiert um den Kerngedanken, der wir dann im Kapitel 6 nachlesen können, die Idee der reflexiven Demokratie. Es wurde heute viel darüber gesprochen. Dieses Kapitel hat sechseinhalb Seiten. Dieses knappe, programmatische Kapitel fungiert als ein Scharnier zwischen einem kritischen Teil des Buches an Zivilgesellschaft, Selbststeuerung und so weiter und so fort und einem konstruktiven, kürzeren Teil, der inspiriert ist von den deliberativen Ansätzen der damaligen, wurde schon übergesprochen, Policyforschung und Institutionenreformdebatten. Das Buch reflexive Demokratie kann und wollte vermutlich auch gar nicht seinen Montagecharakter verbergen. Dritter Effekt also, die Monografie wurde von Rainer als eine Art Zwangsjacke wahrgenommen. Es ist kein Wunder, dass er danach keine Monografie mehr veröffentlicht hat und es auch gar nicht versucht hat. Sechster Punkt, hierarchische institutionelle Selbsteinwirkung. Hier kürzlich. Neben den bereits von mir genannten Themen, französische Praxistheorie, Institutionentheorie, reflexive Demokratie, hat sich Rainer, darüber wurde in seinem zweiten Panel gesprochen, in seinen Aufsätzen mit Themen befasst, bei denen er sein Interesse an systematischer Theorieproduktion am besten aufgehoben sah und dies auf andere Themen ausweitete. Peter Niesen hat in seinem Nachruf darauf aufmerksam gemacht, dass Rainer immer dann zu Hochform aufgelaufen ist, wenn es um das kritische Zwiegespräch ging. Das betrifft zum Beispiel in seiner schon erwähnten Kritik an Michael Walzer, in seiner Kritik an Münklers Neorealismus. Ich hätte so gern gewusst, was Rainer heute Nachmittag dazu gesagt hätte und was er dazu gesagt hätte, wenn jemand aus dem Publikum gesagt hätte, das hat doch Münkler früher schon gesagt, wie er da repliziert hätte. Ach, das hätte mich gefreut. An Gerhard Göhlers Institutionentheorie, an Michael T. Grevens Konzept der politischen Gesellschaft oder an der Auseinandersetzung mit Heidrun Abromeits Arbeiten zur europäischen Demokratie und immer wieder Jürgen Habermas. Defizite im Habermaschen Handlungsmodell, Kritik nicht weit genug gehender Demokratietheorie in Faktizität und Geltung, so in reflexiver Demokratie und schließlich eben auch in diesen späteren Schriften, vor allen Dingen auch zur internationalen Politik, Kritik an der mangelhaften institutionellen Verbindlichkeit in Habermas Schriften zur postnationalen Konstellation. In Reines Schriften zum Thema Demokratie unter den Bedingungen der Globalisierung, die er ab 1997 in seiner Darmstädter Zeit angefertigt hat, wird erneut, nach zumindest meiner Lektüre, der Institution theoretische Zugriff besonders deutlich. Ein Beispiel dafür ist seine kritische Analyse mit Habermas Modell einer Weltinnenpolitik ohne Weltregierung. Mit Habermas argumentierte er, dass die institutionelle Nach- und Aufrüstung der Politik in der, wie man damals glaubte, feststellen zu können, postnationalen Konstellation nur dann Aussicht auf praktischer Erfolg hat, wenn sie die moralische Plausibilität, eine Formulierung von Klaus Offe, von internationalen Institutionen gewahrt werden kann. Und mit Habermas sucht er nach einer Lösung, bei der negative Rückkopplungseffekte einer ersatzlosen Entwertung des demokratischen Rechtsstaates vermieden wird. Dann aber Kritik am Habermasischen Mehrebenenmodell, Kritik an der dort bestehenden architektonischen Lücke, Habermas lockere die begriffliche Verklammerung von Demokratie und Staatlichkeit zu sehr. Er rekurriert auf Thomas Nagel und Nagels These, dass eine normativ gehaltvolle politische Ordnung, gleich ob auf nationaler oder supranationaler Ebene, Nagels These, dass eine normativ gehaltvolle politische Ordnung überhaupt nur dort entstehen und bestehen kann, wo eine zentrale Autorität zwangsbewährt die Regeln des Zusammenlebens garantiert und durchsetzt. Staatlichkeit, so sein Argument hier, hat die moralische Funktion der Kompensation motivationaler und kognitiver Defizite. Da ist er gar nicht im Dissens mit Habermas, das finden wir ja auch in Faktizität und Geltung. Aber eben die rein moralischen Einstellungen der Bürger und Bürgerinnen reichen nicht. Staatlichkeit ist etwas, was sowohl als Rahmen als auch als Medium der normativen Integration von Bürger und Bürgerinnen unabdingbar ist. Und die Formel, die er dafür verwendet, ist hierarchische Selbsteinwirkung. Das wird dann zum Schlüsselbegriff. Also eine legitimationswürdige internationale politische Ordnung bedarf auf allen Ebenen robuste Institutionalisierung, die deutliche Züge von Staatlichkeit aufweisen. Versus Habermas? Habermas unterschätzte die Notwendigkeit von Staatlichkeit in seinem Modell und Schmalz-Bohns markiert damit die begrifflichen Grenzen von Entstaatlichung des globalen Konstitutionalisierungsprozesses. Konstruktiv Überlegungen in Richtung einer reflexiven Globalstaatlichkeit. Habermas hat bekanntlich ausführlicher reagiert auf diese Kritik von Rainer. Meines Erachtens ist seine Replik nicht überzeugend und meines Erachtens flüchtet sich Habermas in Lernprozesse. Naja, aber Rainer Schmalz-Bohns setzt ja auch auf Lernprozesse. Dazu ein späterer Satz noch. Das ist auch ein anderes Thema. Mir ging es hier darum, die zentrale Bedeutung der Formel institutionelle hierarchische Selbsteinwirkung der Gesellschaft auf sich selbst herauszustellen in seinen Überlegungen zur IB. Denn sie bilden den Hintergrund seiner Überzeugungen, dass auch die Europäische Union auf allen Ebenen zumindest einer minimalen staatlichen Struktur bedarf, dass auch kontestative und kommunikative Governance-Modelle Staatlichkeit nicht ersetzen können. Und ich habe mir schon bevor es heute Vormittag, hätte ich jetzt auch fast gesagt, in dem ersten Pendel diese Diskussion gab, als Schlusssatz hier notiert, Rainer Schmalz-Bohns als deliberativer Etatist. Siebtens, Disziplinpolitik in wissenschafts-soziologischer Perspektive. Rainer Schmalz-Bohns war nicht nur ein bekennender Habermaniac, sondern er hatte, wie Habermas selbst, nie damit aufgehört, sein Faible für die Systemtheorie Lumans zu bewahren. Ich erinnere an diesen Zusammenhang nur an Rainers köstliche Zitation von Lumans Rede von der parasitären Existenz der Demokratie in seinen Aufsätzen zur Demokratisierung, also in Reiners Aufsätzen zur Demokratisierung der Europäischen Union. Bei Luhmann interessierte Rainer sich nicht zuletzt für dessen Beobachtungen zweiter Ordnung über Wissenschaftssysteme. Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich seine strategischen Karriereempfehlungen an jüngere Kolleginnen und Kollegen aus lumanschen Einsichten über das Wissenschaftssystem speisten. Auch wenn Rainer dazu nichts publiziert hat, zu Wissenschaft als System, Politikwissenschaft als Subsystem, hatte er ein bleibendes Interesse an wissenschaftssoziologischen und Wissen wissenssoziologischen Fragen. Und in meinem zusammen mit Dirk Jörke geschriebenen Beitrag für die Gedächtnisschrift für Rainer habe ich berichtet, dass ich mit Rainer diesen Zusammenhang über Richard Whitleys Wissenschaftssoziologie diskutiert habe. Was hat Whitley in seinem, wie ich finde, bis heute immer noch fast unübertroffenen Buch, The Intellectual and Social Organization of the Sciences von 2000 gemacht? Whitley schlägt eine Kategorisierung der institutionellen Differenzen zwischen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen vor. Whitley verbindet dabei wissenschaftstheoretische Konzepte wie die von Thomas Kuhn, Karl Mannheims Wissenssoziologie mit empirischen Forschungen aus den Bereichen der Arbeitssoziologie und der Managementtheorie. Und die Kategorisierung, die er daraus entwickelt, basieren auf zwei fundamentalen Unterscheidungen. Erstens Wissenschaften haben es zu tun mit Task Uncertainties. Und hier die erste zwei Unterscheidungen in diesem ersten Punkt. Die kann technischer Art sein, das heißt der Grad an Gewissheit, die man in technischer Hinsicht für seine Forschungsergebnisse haben kann. In Chemielaboren relativ hoch, in Grenzproblemen der Mathematik niedrig. Und zu dieser Task Uncertainty gibt es neben der Technical die Strategic Task Uncertainty. Damit ist gemeint der Grad an Gewissheit über die erwartbare Resonanz der wissenschaftlichen Resultate innerhalb der Scientific Community. Neben diesen Uncertainties ist die zweite fundamentale Kategorie, die ebenfalls wieder in zwei aufgespaltet wird. Dependence. Functional Dependence, das ist die Verlässlichkeit der methodischen Standardisierung. Und Strategic Dependence, das ist das Vertrauen, das Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in die Reputation ihrer jeweiligen Fachkollegen und Fachkolleginnen setzen müssen, können, wollen. In allen vier Bereichen gibt es, so Whitley, erhebliche graduelle Unterschiede zwischen den Wissenschaftsdisziplinen. Daraus entwickelt Whitley ein Modell unterschiedlicher Idealtypen von Wissenschaft, die ich jetzt nicht auch noch alle vorlesen möchte. Aber zu denen gehören beispielsweise die conceptually integrated bureaucracies, zu denen gehören partitioned bureaucracy und zu denen gehört fragmented adhocracy. Dieser letzte Typ ist nun meines Erachtens von besonderem Interesse, denn er passt sehr gut für das Fach Politikwissenschaft. Wodurch ist, das meine ich nicht polemisch, wodurch ist eine fragmented adhocracy gekennzeichnet? Acht, sieben oder acht Punkte. Vergleichsweise hoher Binnenpluralismus, Offenheit für außerwissenschaftliche Einflüsse, unterschiedlich stark ausgeprägte Spezialisierungen, Latenz von methodologischen Generaldebatten und fachlichen Kontroversen, schwach konturierte subdisziplinäre Identitäten, begrenzte und häufig nur temporäre Forschungskoordinationen, Platz für persönlich motivierte und für manche Kolleginnen als idiosynkratisch anmutende Forschungsagenten. Diese aufgelisteten Kennzeichen bestehen also aus einer komplexen Mischung aus sozialen und kognitiven Faktoren. Und wenn meine Einordnung des Faches Politikwissenschaft als einer fragmented adhocracy nicht völlig unplausibel erscheint, was bedeutet das im Hinblick auf die von Schwalz-Brunz betriebene Disziplinpolitik? Also eine Variante könnte ja die sein, dass man sagt, naja, wir versuchen so wie die Naturwissenschaftler zu werden. Wir werden so eine Bürokratik irgendwas. Das ist so eine Variante. Also aus reiner Sicht ist klar, die Chancen sollen wir nutzen, die eine weitere Professionalisierung bietet und die Chancen sollen wir nutzen und ausbauen, mit den anderen Subdisziplinen intensiv in Austausch zu kommen. Und ausgerechnet auf diesem Gebiet hat Rainer auch Enttäuschung erlebt. Man muss dazu sagen, dass Rainer in seinem disziplinpolitischen agieren sowieso nicht zum Typus des machtbewussten und permanent erfolgreichen Akteurs gezählt hat. Und das habe ich fast am meisten an ihm gemocht. Das hat ihn aus meiner Sicht sogar noch sympathischer gemacht. Er war zu klug und er war einfach zu uronisch, um sich auf permanent erfolgreiche Machtpositionen sich darauf etwas einzubilden. Die Liste seiner Erfolge ist sehr lang, aber ich möchte auch mal kurz einige Misserfolge und Enttäuschungen nennen. Zum Beispiel sein Agieren am Institut für Politikwissenschaft in Hannover. Dazu sage ich ohne Anwalt einfach nichts. 2015, seine Beteiligung am Versuch, die DVPW umzukrempeln, krachend auf der MV gescheitert. Das hätte man doch anders vorbereiten können. Also wir schreiten uns das nicht, Frank, bitte heute. Aber das hätte man doch ein bisschen anders vorbereiten können. Leute, gerade Leute, die von sich behaupten oder denken, dass sie so tolle Strippenzieher sind, die ziehen doch da ein bisschen geschickter und reden und machen. Drittens, die größte Enttäuschung, die partielle Kannibalisierung der politischen Theorie und Ideengeschichte mithilfe der anderen Subdisziplinen. Also es sind nicht wir politischen Theoretiker selbst, die sozusagen an der Stelle, an der, an der Professur, jetzt wird man die einzelnen Standorte durchgehen, die Professuren gerade im Augenblick umwidmen und verändern, sondern die Kannibalisierung geschieht auch nicht durch andere Fächer statt Germanisten-Soziologie, sondern unter aktiver, freundlicher Mithilfe von Subdisziplinen. Jetzt gucke ich extra nicht auf die IB, weil ihr seid sozusagen am harmlosesten diesbezüglich. Und das ist etwas, was Reiners Grundidee, im engen Austausch mit den Subdisziplinen uns noch stärker zu machen, zu einer wirklich großen Enttäuschung geführt hat. Schlussbemerkung, ganz kurz. Heute, drei Jahre nach Reiners Tod, erleben wir eine Forcierung in den Veränderungen der theoriepolitischen Landschaft. Wir hatten heute im ersten Panel schon gesprochen, dass eben aus der Parole Demokratisierung der Demokratie und der Euphorie für Zivilgesellschaft, dass das längst gewichen ist, eine Verteidigung der liberalen Demokratie gegen rechtspolitische und rechtsextreme Akteure. Und ich will da nicht, ich habe hier noch einige Punkte notiert, aber ich denke, das erste Panel steht für sich, das war zu gut. Zweite Veränderung, da bin ich weniger, jetzt gucke ich extra zu euch beiden rüber, da bin ich weniger pessimistisch. Klar, die deliberative Demokratie als zwischenzeitlich dominantes Paradigma in der akademischen Debatte sieht sich herausgefordert von den Ansprüchen der radikalen Demokratietheorie. Aber wie gesagt, kognitiv ist das kein größeres Problem. Aus meiner Sicht ist die Radikaldemokratie im Wesentlichen die akademische Bewirtschaftung von Theorie, demokratietheoretischen Kategorienfehlern. Also insofern sehe ich da nicht tatsächlich Probleme. Drittens, Drittens, IB, darüber wurde heute am Nachmittag auch gesprochen und hier denke ich allerdings, wir hatten das im Flurgespräch vorhin auch, wenn man da etwas stärker konstruktivistische Ansätze hinein nimmt, würde das vielleicht gehen. Aber mein Punkt am Schluss ist eigentlich der, vielleicht sind es weniger die konkreten Inhalte, in denen Rainer als Vorbild in der Erinnerung bleiben kann, sondern vielleicht ist es der Modus seiner Rezeption von Fachliteratur. Wenn Sie als kleiner jüdischer Junge in die Talmudschule gehen und wenn Sie das Glück haben, einen guten Rabbi zu treffen, dann sagt Ihnen der Rabbi folgendes, es gibt vier Typen von Lesern und Leserinnen, aber da sind es dann immer nur Leser. Den Schwamm, der saugt alles auf, aber so richtig viel kommt er nicht mehr raus. Der Trichter, da läuft ganz viel rein und läuft im Strahl wieder raus. Dann Leinentuchseilen, Leinentuchseilen mit EI, Sie drücken das zusammen, der gute Verein läuft raus und Sie haben nur diesen Traubenmatsch in der Hand. Und dann gibt es das spezielle Sieb, das spezielle Sieb, in dem Hängenbleiben aus dem Ganzen, was man da so durchgesiebt hat, die guten, interessanten Brocken. Das ist dann die Theorie Nuggets. Das habe ich immer in Rainer Schwarzbohls bewundert und ich danke mich für Ihre Aufmerksamkeit.